Alle Kulturen der Welt erzählten Geschichten über ihre größten Krieger. Körperlich und geistig waren sie auf höchstem Niveau. Sie wurden respektiert und gefürchtet. Eines ihrer Markenzeichen war es, Waffen in beiden Händen mit gleicher Kraft zu führen. Ein solcher Krieger hält nun Einzug in World of Tanks. Und sein Name ist … Na, das ist das Objekt 703, Version 2. Ein sowjetischer schwerer Panzer der Stufe 8. Wo fangen wir an? Mal überlegen. Nun, vielleicht … Ah, natürlich. Er hat zwei Geschützrohre. Und wie ein weiser Mann einst sagte, doppelt weltbesser. Das lernt man schließlich schon als Kind. In unserem Fall heißt das zwei schöne und bedrohliche Geschütze. Beide gleichermaßen prächtig. Keine Stummel, die nichts durchschlagen. Selbst wenn sie ins Schwarze treffen. Das ist echte Kraft. Nun ja, es ist Kraft. Aber sowjetische Kraft mit allen Vor- und Nachteilen. Genauigkeit, Zielerfassungszeit, Schadengeschuss, Feuerrate, Schnellschüsse und Durchschlagskraft. Alles recht typisch für einen sowjetischen schweren Panzer. Aber es ist euch sicher nicht entgangen. Doch dieser Panzer hat zwei Geschütze. Hier also die brennende Frage. Wie funktionieren sie? Das Objekt 703 hat neue Mechaniken und kann Granaten auf drei verschiedene Arten verschießen. Ja, richtig. Ein Panzer, zwei Geschütze, drei Modi. Fangen wir mit dem Vertrautesten an. Die erste Methode ist das normale, zyklische Schießen. Wartet, bis eine Granate geladen ist und feuert sie aus einem Rohr ab. Wartet 12,5 Sekunden und feuert erneut. Dieses Mal aus dem anderen Rohr. Das Visier wechselt nach jedem Schuss zum aktiven Geschütz. Es sieht aus, als würde euch jemand einen kleinen Schubs geben. Es ist aber nur eine Kameraanimation. Daran gewöhnt ihr euch. Unter Laborbedingungen würde ein Duell gegen einen, sagen wir mal, IS-3 mit diesem Feuermodus nicht gut ausgehen. Seine Panzerung trägt nicht viel zu diesem Kampf bei. Unser glotzäugiger Held kann Schaden nur mit seinen Seiten abwehren. Dank 100 Millimeter starker Panzerung, einer Schürze und dem Fahrwerk. Der Turm ist dick genug, um Treffer gleichstufiger schwerer Panzer abzuhalten. Und manchmal auch von Jagdpanzern oder Panzern der Stufe 9 und 10. Die Betonung liegt aber auf manchmal. Der zweite Feuermodus des Objekts 703 heißt sequenziell. Und das aus folgendem Grund. Verlegt ihr oder wartet ihr in Deckung, haben beide Geschütze Zeit nachzuladen. Wenn ihr in der Zwischenzeit feuert, ist das zweite Geschütz in 5 Sekunden bereit. Wie ein weithändiger Boxer, der die rechte und die linke Hand einsetzt. Das ist eine erlernte oder angeborene Fähigkeit. Im Boxen heißt es, jede Faust mit gleicher Kraft zu führen, wenn man die Haltung wechselt. Und das nützt auch uns. Normalerweise tauschen schwere Panzer Schüsse aus, wehren Schaden ab und verstecken sich hinter Deckung. Ein Panzer schießt und der Gegner versucht sofort zu antworten. Und immer so weiter. Wer den Schaden besser abwehrt und Schaden am nachladenden Gegner verursachen kann, gewinnt normalerweise. Doch unser Krieger hält diesen Rhythmus nicht ein. Er ist ein wahrer Konterboxer. Ein Konterboxer hat einen defensiven, konternden Boxstil, der Nutzen aus den Fehlern seines Gegners zieht, anstelle selbst in die Offensive zu gehen. Ihr versetzt dem Gegner einen Schlag und zieht euch zurück. Der Gegner spürt eine Schwäche, greift an und kassiert einen weiteren Treffer. Entmutigung, Entsetzen und Bestrafung für sein Handeln sind ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für den Gegner. Da wir gerade von den Feiertagen sprechen, sollten wir an die größte Überraschung denken. Der Panzer kann einen Schuss mit Zweien beantworten. Man sagt, das sei die Achilleskette jedes Gegners. Jede Pause, in der man zwei Granaten laden kann, macht das Objekt 703 stärker. Dadurch bekommt er das Gefühl, die Situation im Griff zu haben. Selbstvertrauen und die Chance, die Freude des dritten Feuermodus zu spüren. Eine starke und donnernde Salve beider Geschütze. Das, meine Damen und Herren, ist ein Abwärtshaken. Der Abwärtshaken ist ein Schlag im Boxen und Kickboxen. Eine Kombination aus Haken und Position, um einen Cross zu setzen. Doppelter Schaden, doppelte Kraft, doppelte Furcht. Klingt großartig. Die Salve funktioniert folgendermaßen. Ladet beide Geschütze und haltet die linke Maustaste gedrückt. Wartet, bis die Anzeige voll ist. Und? Der Doppelschuss schlägt rund 800 Schadenspunkte aus der Wanne des Gegners. Im Schnitt. Doch es könnten auch 975 Schaden sein. Und stellt euch einen Zug doppelläufiger Panzer vor. Das ist der sechste Kreis der Hölle. Doch es gibt sogar in der Hölle Regeln. Regel eins. Eine Salve braucht Vorbereitungszeit. Drei Sekunden. Dadurch müsste das Handeln des Gegners sorgfältiger berechnen. Und die Genauigkeit schränkt die Reichweite auf deutlich unter 250 Meter ein. Regel zwei. Die abgefeuerten Granaten fliegen strikt parallel nebeneinander. Darum müssen sich Gegner nur aktiv hin und her bewegen, damit auf mittlere Distanz eine der Granaten in der Panzerung hängen bleibt oder abprallt. Regel drei. Nach dem Schuss ist das Nachladen vier Sekunden lang gesperrt. Das erste Geschütz ist also erst nach 16,5 Sekunden wieder schussbereit. Nicht sehr schnell. Doch vergesst die Berechnungen für einen Augenblick und überlegt. Unser schwerer Panzer hat drei Feuermodi. Das heißt unterschiedlicher Schaden pro Minute in jedem Modus. Geht er tiefer und berücksichtigt normale Gefechte, scheint es, als wäre der genaue Schaden pro Minute unklar. Und er lässt sich nicht berechnen. Ihr setzt die beiden Geschütze des Objekts in jedem Gefecht anders ein. Man muss nur etwas warten, bis Unterschiede auftreten. Auch wenn das Objekt nicht sehr schnell ist, seine Panzerung nicht zur obersten Klasse zählt und er natürlich das nicht kann. Lässt euch ein Fakt all diese Argumente vergessen. Oder um genau zu sein, zwei Fakten. Rumpf! 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 Das war's für heute. Das war's für heute.